Hallo Leute, heute Abend geht es um einen kleinen Marlin Talk, den sich ein Follower gewünscht hat. Natur ist mega, ich denke du weißt worum es gehen wird. Ich werde allerdings jetzt noch ein paar Sachen in dem Zuge gleich mit zusammenfassen, die auch für andere Leute interessant sein könnten, weil ich ein paar Leute hatte, die Probleme hatten mit der Kompilierung von der Marlin, beziehungsweise von allen Marlin Versionen nach dem Download. Ich hatte bei einem PC, wo ich mal eben schnell reinschauen wollte, in eine Version von mir hatte ich auch dieses Problem, ich habe allerdings dann auf anderen PCs das Ganze auch nochmal runtergeladen, konnte nicht so richtig nachvollziehen, warum dieser Fehler aufgetreten ist. Auf jeden Fall war es so, dass sich Marlin nicht kompilieren ließ. Es traten halt Fehler auf, die völlig, sag ich jetzt mal, irgendwie mit nichts was zu tun hatten, denn das Kompilieren funktioniert normalerweise ohne Probleme. Ich habe ja auch die Marlin Version auf mehreren PCs ausprobiert, damit ich halt eben euch das an die Hand geben kann, dass da wirklich nichts ist und keine Ahnung, bei diesem einen PC ist auf jeden Fall ein Fehler aufgetreten. Diesen Fehler konnte ich natürlich relativ easy beheben. Ich habe die configuration.h und die configuration.advh genommen, habe diese einfach in eine frisch downgeloadete Version von Marlin von der Marlin Website reinkopiert, denn die ganzen Änderungen für diese Troncy Library sind nur in der advh und in der configuration.h passiert. Das heißt, ihr könnt ganz normal von der Marlin Webseite das normale Marlin runterladen, was dann zu dieser Version natürlich passen muss und könnt einfach dort die zwei Konfigurationsdateien einfügen anstatt der Sample Dateien, die halt da standardmäßig drin sind und dann habt ihr ganz normal die Troncy Marlin wieder, wie wenn ihr von mir die komplette Version runtergeladen habt. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe halt jetzt nur komplette Version euch an die Hand gegeben, weil es halt einfacher ist. Einfach runterladen, schnell kompilieren und aufspielen ist halt viel einfacher. Ja, das schon mal dazu, weil es ist ja nichts anderes, wie wenn ich jetzt aus diesem Default Repository von Marlin dann halt die fertig konfigurierten Drucker rauskopiere und kopiere die ins Marlin rein. Also ich habe jetzt da nichts an den Marlin Dateien selber umgeschrieben, das war ja auch sonst nie der Fall gewesen. Ich habe die Dateien ja alle überprüft zu den alten Marlin Troncy Full. Da hat sich wirklich nichts getan, dass da auch irgendwelche anderen Dateien in Marlin umgeschrieben wurden. Das waren auch nur diese zwei Dateien immer. Ich habe sie ja jetzt nur quasi auf den neuesten Stand gebracht von Marlin und habe sie jetzt auch auf den allerneuesten Stand im Moment laufen mit den drei Teams, also der Classic UI, der Color UI und der LVGL UI, damit das halt alles abgedeckt ist und für jeden was dabei ist und jeder hat das bekommt, was er möchte. Das finde ich auch in Ordnung, das ist doch völlig, ist auch völlig legitim, weil es hat jeder andere Vorlieben. Ich zum Beispiel mag die Color UI am liebsten. Der ein oder andere wird sagen, ne, die LVGL, die gefällt mir viel viel besser. Und ja, dann gab es halt auch Leute, die die Classic UI installiert haben. Das ist halt so. Ne. Ja, das war schon mal das Ganze quasi zu dem Thema, weil das war mir halt wichtig, dann quasi euch dann nochmal zu sagen, wie ihr halt eben diesen Fehlern aus dem Weg gehen könnt. Weil dann darf es halt, wenn ihr jetzt wirklich die Marlin Original von der Homepage runterladet, die ist halt, das muss funktionieren, die ist halt wirklich sauber, die ist auf keinem PC gelaufen. Und wenn ihr da die zwei Konfigurationsdateien reinkopiert, muss es funktionieren. Wenn es dann nicht funktioniert, dann ist irgendwas am PC nicht in Ordnung oder mit dem VS Code nicht in Ordnung. oder ihr habt vergessen, Plattform.io das Plugin nach zu installieren, weil ohne das Plattform.io Plugin funktioniert es nicht. Das könnte natürlich auch noch sein. Das weiß ich halt nicht, aber das sind halt so die Grundfehlermöglichkeiten, die mir jetzt so eingefallen sind dazu. Ja, jetzt haben wir schon wieder fünf Minuten voll, sehe ich gerade hier auf dem Bildschirm. Ja, Natur ist mega. Pass mal auf. Du wolltest das Ganze ja mal sehen, was ich jetzt mache. Ich sage dir jetzt schon mal, was ich grob jetzt vorbereitet habe. Die Micro SD Karte, die in den Drucker soll, steckt jetzt quasi mit einem Adapter, weil ich musste das Ganze ein bisschen verschieben, denn mein anderer Adapter ist hier. Der ist leider komplett auseinander gefallen. Wie ich dann versucht habe, die SD Karte da rein zu stecken, hier sind noch die anderen Teile. Das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ein Teil liegt hier immer noch auf dem Tisch, ist egal. Habe ich mir jetzt erstmal einen Adapter besorgt, damit ich dir das zeigen kann. Weil so ohne SD Karte ist das immer ein bisschen schlecht. Wir fangen halt jetzt an. Im Grundgedanken, so wie du das haben möchtest, wir tun jetzt hier im VS Code in den Kompilieren Modus reingehen von Marlin in diese Auto Build Marlin und sagen dann nachdem wir hier das passende ausgewählt haben. Drucker technisch. Das ist ja schon mal eine Grundvoraussetzung, dass diese Konfiguration gemacht wurde. Sagen wir jetzt Build. Dann tut er jetzt die Dateien alle fertig machen. Ich mache es jetzt im Moment mit der LVGL, weil das die ist, wo am meisten Dateien auf die SD Karte kopiert werden müssen. Bei allen anderen, bei der Classic und bei der Color ist es nur die Update.cbd, die auf die SD Karte muss. Hier ist es die Update.cbd und der Ordner Assets. Denn der Ordner Assets wird nachinstalliert, wenn die Marlin Version installiert wird. Das heißt aus dem Ordner Assets werden die ganzen Bilder, Hintergrunddateien und so weiter und so weiter, Texte, das wird alles aus der Assets rausgenommen und wird dann auf den Speicher geschrieben von dem Chip. Ja, so jetzt ist das hier fertig. Dann machen wir das ganz einfach. Ich gehe jetzt hier über Plattform.io, also nicht über Plattform.io, über VS Code direkt hier rein, weil ich habe hier den Ordner PIO. Im Ordner PIO befindet sich der Ordner Build und da drin befindet sich der Ordner von dem Mainboard. Also in dem Falle die G2F103. So, jetzt gehe ich auf die G2F103, mache einen Rechtsklick und sage, dass er das im Explorer bitte öffnen soll. Dann geht das hier im Explorer auf der G2 Ordner. Dann gehe ich in den G2 Ordner rein. Dort finde ich den Ordner Assets und die Update.cbd. Diese packe ich dann und tue sie auf mein USB-Laufwerk, auf meine SD-Karte so drauf kopieren. Auf der SD-Karte darf ansonsten nichts drauf sein, außer den Update erforderlichen Dateien. So, diese sind jetzt hier drauf und ab hier ist jetzt für mich beispielsweise jetzt schon mal Ende, weil ich werde das Update nicht am Drucker durchführen, ich werde das jetzt nur erklären. So, das heißt jetzt würde ich halt das USB-Laufwerk auswerfen, damit ich dann halt das Ganze mitnehmen kann, also die Micro-SD-Karte mitnehmen kann zu meinem Drucker. Diese Micro-SD-Karte stecke ich in den noch abgeschalteten Drucker rein, schalte dann den Drucker ein. Mit der Update-Datei und bei der LVGL UI erforderlichen Assets Ordner Datei Geschichte ist es dann halt so. Ich schalte den Drucker ein, dann macht es Bip-Bip, 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 so. Und bei dem Bip-Bip wird dann quasi das Firmware-Update durchgeführt, denn dieses G2-Board hat wie viele andere Boards, das SKR-Board und so weiter und so fort, die Möglichkeit von der SD-Karte flashen zu können, weil der Bootloader schaut, ob auf der SD-Karte eine Update-Datei ist und flasht diese, wenn vorhanden, über die vorhandene Firmware-Version. Das bedeutet, du steckst wirklich nur die SD-Karte rein, schaltest den Drucker ein und wartest und wartest, bis der Drucker seinen normalen Bildschirm zeigt. Passiert dies nicht, also du schaltest ihn zwischendurch ab, kannst du damit das Board platt machen. Das lässt sich zwar wieder beheben, aber dazu brauchst du dann schon erweiterte Programmierkenntnisse, weil dann sind wir an einem Punkt angekommen, wo du den Bootloader neu flashen musst auf dem SD-M32-Chip und das geht dann wiederum über Arduino ganz gut, aber man muss halt auch wissen, wie es geht. Darauf gehe ich allerdings jetzt nicht weiter ein. Das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ja, hat der Drucker dann gestartet und du befindest dich ganz normal im Home-Menü von dem Drucker, also quasi im Start-Bildschirm kann man auf Deutsch sagen, statt Home-Menü und dann bist du fertig. Dann nimmst du die SD-Karte raus, kannst die Dateien wieder von der SD-Karte entfernen, außer bei der LVGL UI, da haben jetzt alle bei YouTube gesagt, dass der Ordner drauf bleiben muss. Ich habe es wie gesagt getestet, auch ohne den Ordner auf der SD-Karte. Das Board hat immer sauber gestartet. Ich lasse jetzt mal beide Möglichkeiten so auch im Raum stehen. Das ist dann, ja, muss man halt testen, was passiert. Das kann halt dazu führen, dass es einen schwarzen Bildschirm gibt. Aber gut, das ist halt auch wieder die Frage, was dann geflasht werden soll. Ja, und danach bist du eigentlich fertig. Was dann noch ansteht für jeden User, der halt eine Software neu flasht, also eine Firmware in dem Falle neu flasht, ein Pit-Tuning, eine Extruder-Kalibrierung und ein Kalibrierungswürfel, um zu überprüfen, ob der Drucker danach vernünftig läuft. So, und ab dem Moment ist der Drucker dann für jedermann ganz normal wieder einsatzbereit. Gut, Bed-Leveling und Auto-Bed-Leveling und so weiter, das ist ja klar, das wisst ihr alles selber. Aber darauf gehe ich jetzt auch nicht näher ein. Es ging halt um den grundsätzlichen Ablauf, bevor man halt jetzt wieder zu einem vernünftigen Druck kommt. Weil ohne Pit-Tuning und Extruder-Kalibrierung, ja gut, es kann gut werden, muss aber nicht. Also das kann halt genauso gut auch schlecht ausgehen. Ja, und ab dem Moment seid ihr halt fertig und könnt den Drucker ganz normal wieder benutzen. Was ihr nicht vergessen dürft, was ich jetzt auch noch kurz erwähne, ihr müsst, wenn ihr dann den Extruder kalibriert habt und das Pit-Tuning gemacht habt, immer hinterher alles mit M500 abspeichern. Damit das Ganze in das EEPROM reingeschrieben wird und es nicht so ist, dass wenn ihr den Drucker abschaltet und wieder einschaltet, dass es dann weg ist. Weil sonst braucht ihr es nicht machen, dann ist es sowieso wieder weg. Ja, soviel schon mal zu der Grunderklärung vom Flashen der Software. Ich hoffe, dass das jetzt quasi ausreichend ist, um zu zeigen, aufbauend auf das 20 Minuten, wie kriege ich quasi Marlin fertig in 20 Minuten Video für den Tronsi-Drucker. Und ich denke, dass das jetzt quasi diese Wissenslücke schließt, wie man dann halt im Endeffekt das Update auch wirklich auf den Drucker bekommt für die Leute, die halt noch keinerlei Firmware-Updates gemacht haben, auf Geräten, die das halt Standalone können. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke.